Wir sind Corinna und Sarah und haben mit COSA vor drei Jahren einen Onlineshop gegründet, über den wir tierversuchsfreie Kosmetik- und Hygieneartikel für die ganze Familie vertrieben. Auf Kundenwunsch haben wir inzwischen auch einen Store in Lingenau. Wir spenden bei jedem Einkauf 2% vom Nettoumsatz an der Tierschutzorganisation, unter anderem zum Vorreiberger Tierschutzheim. In der EU sind Tierversuche für Kosmetik-Emprodukte verboten. Leider gibt es aber noch sehr viele Schlupflöcher. Wir schließen alle Unternehmen aus, die irgendwo auf der Welt Tierversuche machen. In Zukunft möchten wir unseren Traum erfüllen, eigene Produkte herzustellen. Wirtschaft sind wir alle. Alle, die jetzt unternehmen.